Die gestohlene Statue. Also dieser Ladebildschirm. Und deswegen sollen wir als Meisterdieb das machen. Gut, hier haben wir halt den Fanghaken. Oh, fuck. Sag mal, willst du mich verarschen? Der erinnert mich so ein bisschen an so klassische Sachen. Katzen... Oh, Katzenauge. Stimmt, ich glaub, das war einer meiner ersten Animes, die ich geguckt hab. Ach ja, Katzenauge. Ist der. Katzenauge oder Mila Superstar, weiß ich nicht ganz. Aber das waren so... ...die zwei Animes, die ich als allererstes geguckt hab. Oh, ein bisschen Hacken. Kleine Hackerin. So, Opa. Ich weiß nicht, wie er als Meerjungfrau... ...die ich überleben konnte unter Wasser. Und schauzt nur noch. ... ... ... Die können wir aber nur betäuben. Bisschen an Sonic, mit der Dash-Attacke. Ah ne, Meister... Meisterdieb. Was gab's denn da noch? Das war's. Yo! Ja, ich bin dran! Au! Ich bin dran. Ich habe einen Fell geschlagen. Au, 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 au. Ich bin aber schnell hier raus. Schnell raus hier. Lauf, Beach, lauf. Lauf, Beach, lauf. Lauf, Beach, lauf. Lauf, Beach, lauf. Danke. Oh, das sieht doch einfach nur wegen dem Panel so aus. Wegen meinem Fernsehpanel. Ist halt kein Monitor für die Switch. Oh, das sieht doch einfach nur wegen dem Panel so aus. Lauf, Beach, lauf. 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 Meine meine ich. So, Meisterdieben und die Kunoshi. Also die Ninja Lady. Theoretisch auch dem Meisterdetektiv habe ich tatsächlich vor...